ja hallo ich habe hier mal wieder was zum testen bekommen und zwar von wolf tools diese lenker in stopfen ja auch tatsächlich fragt warum die so lang sind es ist eigentlich ganz leicht erklärt denn da ist das drin und zwar werkzeug ist eigentlich relativ raffiniert und ich will jetzt einfach mal ausprobieren ob das funktioniert bzw wie sich überhaupt einbauen lässt deswegen habe ich mir direkt mal mein stadtfahrt hier hoch geholt da wird das jetzt mal ausprobiert denn der einen seite sind verschiedene bits für alle möglichen schräubchen am fahrrad und auf der anderen seite ist ketten drücker und sogar ein jubel ist fliegt eingebaut ist eigentlich ganz schnell alten stopfen raus neuen rein und so sieht das dann aus eigentlich eine relativ saubere geschichte schon fertig sitzt ich bin gespannt ich teste das jetzt mal hoffen nicht dass irgendwas kaputt geht unterwegs aber wenn dann habe ich auf jeden fall jetzt eine werkzeug dabei